hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute lego marvel set nummer 76281 der x-jet der x-men 359 teile für 84,99 vier minifiguren magneto cyclops rogue and wolverine hier abgebildet in der unteren ecke der box lassen uns noch einen blick auf die rückseite der box werfen da sehen wir die funktion des sets abgebildet und ansonsten zu diesem zeitpunkt glaube ich nicht wirklich was darüber zu quatschen dementsprechend lasst uns anfangen anboxen und dann zusammenbauen viel vergnügen so 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 you